Immer häufiger trifft man auf Loredana und den Rapper Suna. Die beiden haben bereits öfter für Schlagzeilen gesorgt. Und es gibt immer wieder neue Spekulationen rund um die beiden. Sind sie etwa zusammen oder doch nicht? Jetzt, wo auch Mozik seine Ex-Frau dist, dürfte eine Rückkehr der beiden schwierig werden. Mehrmals haben Loredana und Suna Fotos veröffentlicht, wo man sie gemeinsam sieht. Da sie Personen des öffentlichen Lebens sind, werden sie auch ziemlich schnell auf der Straße erkannt. Denn ein Passant hat Fotos in Berlin von den beiden gemacht. Da sieht man Suna mit Loredana im Auto, wie diese Fotos hier eindeutig zeigen. Laut der Aussage des Rappers erwartet uns nur ein Song. Fans glauben aber, da läuft mehr. Was denkt ihr? Werden die beiden zusammenarbeiten? Oder sind sie vielleicht sogar ineinander verliebt? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up-to-date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen!